Hallo, wer mich noch nicht kennt, ich bin die Sabine Carola Palke, Autorin, Geschichtenerzählerin, Kartenlegerin und Mutmacherin. Du hast dich für die grüne Drachendame entschieden mit diesem schönen rosa Blumenschmuck und die Farben wiederholen sich auch in den gewählten Karten, also die, die beim Mischen rausgefallen sind. Und spannend ist, hier liegt der Ring aus dem Lenomarkartendeck und was ja für ein Wir steht, für das Männliche und das Weibliche. Und ich habe heute Morgen noch überlegt, ob ich denn die grüne Drachenlady nehme oder den roten Drachenmann und habe mich für die grüne Drachenlady entschieden. Aber hier sind beide Energien vertreten. Hier geht es in, ich gucke immer zuerst gerne bei mir selbst hin, im Sinne von schau bei dir selbst hin. Die Ringkarte steht für Beziehung, für einen Kreislauf und du kannst es mal fühlen, wie, ganz spontan, wenn ich dich jetzt frage, wie würdest du dein inneres Paar beschreiben? Welches Bild zeigt sich dir da? Welche Gedanken kommen da? Welche Gefühle kommen da? Welche Körperreaktionen kommen da? Wo steht dein innerer Mann? Wo steht deine innere Frau? Und wenn du nicht weißt, was das bedeutet, für mich ist es einfach so, dass der Mann grob ausgerichtet für mein Denken steht, für mein Handeln steht, für meine innere Autorität steht, für mein Instinkt. Und meine innere Frau steht für die passive Seite, fürs Empfangen, für die Intuition, für die Traumwelten, für die Visionen, fürs Empfangen. Wie hast du dein inneres Paar gesehen? Wie stehen die zueinander? Das kannst du in Ruhe auch mal für dich machen? Lass Bilder entstehen, Gefühle entstehen, wie bei einer Familienaufstellung. Wo steht dieser Mann? Wo steht die Frau? In dir. Wie gehen sie in dir miteinander um? Und vielleicht weißt du dann auch schon, warum etwas im Außen als Spiegel ist, wie es ist. Vielleicht bist du in einer Beziehung und kriegst dein Inneres im Außen gespiegelt oder du vielleicht wünschst du dir eine Beziehung und erfährst jetzt gerade, warum sie noch nicht ist, weil du erkennst, was in dir noch blockiert. Es geht um die Beziehung zwischen dem Männlichen und den Weiblichen. Und ich bin jetzt mal ganz forsch, ich habe hier die Drachenlady genommen, der Drachenmann wollte mit dazu. Es geht um Urkräfte, Urweiblichkeit, Urmännlichkeit. Und hier liegt das Kehlchakra. Was wurde noch nicht ausgesprochen? Was hängt noch in der Kehle? Was blockiert das Kehlchakra? Wenn du die Muße hast und dir die Zeit nehmen möchtest, lass wirklich mal so einen Film laufen mit deinem inneren Paar und lass sie miteinander reden. Und vielleicht haben sie sich gerade ganz viel zu sagen. Ich selbst erinnere mich jetzt gerade an etwas, wo ich gleich nachschauen gehe. Ich habe meine Antwort schon gefunden. Ich habe auch die Drachenfrau gewählt und habe schon den ganzen Tag so, meine Stimme bricht weg. Fang in dir an zu schauen, damit sich es im Außen auch verändern kann. Und jetzt gehen wir zu diesem wunderbaren Rosa mit der Zahl 66 vom Aurasomadeck, Engel der Schönheit. Aus deinem Herzen strahlt innere und äußere Schönheit. Das kannst du deinem inneren Mann auch mal sagen. Vielleicht kannst du es auch deiner inneren Frau sagen, weil sie es nicht glaubt. Entwickle ein feinsinniges Gespür dafür, was dein Körper, deine Seele und dein Geist gerade wirklich nähert. Gib und gönn dir das. Ruh dich aus und widme dich deinem Wohlbefinden. Verweile. Schaue, was dir gut tut und gönne dir das. Erlaube dir einfach zu genießen. Du hast bisher viel Zähigkeit und Ausdauer entwickelt, um unabhängig deine Ziele erreichen zu können. Jetzt bist du an einem guten Punkt angekommen. Öffne deine Sinne und spüre, wo du bist im Moment. Vertraue jetzt wieder ganz neu, dass jenseits der Liebe, die du gibst, dir auch Liebe entgegengebracht wird. Lerne die Kunst, dich zu zeigen mit dem, was du möchtest. Ruhe dabei in dir selbst und schau dann einfach, was geschieht. Ist das nicht spannend? Deswegen kam dann doch die grüne Drachenlady als Symbol. Sie selbst in der Schönheit und im Strahlen erkennen. Zu sagen, ich habe so viel geleistet. Lieber Mann, im Innen wie im Außen. Ich mag jetzt empfangen. Ich mag jetzt empfangen. Und ich zeige mich und ich spreche es aus. Ich bin jetzt bereit zu empfangen. Wie fühlt sich das für dich an? Ja, und als letzte Karte aus meinem Blumenmagiebuch, was bei mir erhältlich ist, nur noch in geringen Mengen, kam eine Joker-Karte, die Glematis. Und wenn du diese Karte gezogen hast, steht im Buch drin, stellt sich die Frage, ob du gerne aus deiner Realität fließt, weil du vielleicht das Leben als zu schwer und anstrengend empfindest. Oder vielleicht auch, weil dich die Welt mit ihren Reizen überflutet. Im besten Falle fließt du in die Welt deiner Träume. In weniger schönem Fall fließt du in Süchte. Das grüne Herz in Verbindung mit der Glematis sagt dir, dass es Zeit wird, weiter über diese Brücke zu gehen. Hinunter zum Wurzelschakra und zur Erdung, damit du deine Welt manifestieren kannst. Ein hilfreicher Schritt dabei ist, zu erkennen, dass jeder Tag etwas Schönes für dich bereithält, aber auch anzuerkennen, dass es weniger schöne Dinge gibt, die schlichtweg als gegeben angenommen werden dürfen. Dann, wenn es eben nicht zu verändern ist. Deine innere Glematis hilft dir auch dabei, aktiver zu werden und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und hier mag ich hinzufügen, werde aktiv, indem du für dich sorgst, dir Gutes gönnst und anerkennst, dass du schon viel geleistet hast und nun aktiv dein Kehlchakra aktivierst und aussprichst, dass du jetzt empfangen möchtest. Deine, Moment, die Glematis hilft dir vor allem deine Herzenswünsche Realität, ups, deine Herzenswünsche in die Realität zu bringen und dich dem Leben hinzugeben. Und das heißt, das hier und jetzt genießen. Die Glematis ist eine Brücke, eine Brücke von deinen Träumen in die Realität. Also sie hilft dir, deinen Träumen und Wünschen zu vertrauen, damit sie real werden. Das ist auch die Bachblütenessenz der Glematis. Und ja, das heißt, dein weiblicher Anteil darf jetzt in die Ruhe gehen, darf entspannen, darf weiter träumen, Visionen und Wünsche haben. Und dann darf, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, das Kehlchakra, das ist nämlich männlich aktiv, dann darf der männliche Anteil in dir dein Part übernehmen und aussprechen. Und ja, so darf sich das innere Paar gegenseitig unterstützen und dann darf das auch im Außen folgen. Vielleicht hast du dich ja in dieser Kartenwelt wiedergefunden und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020